Und dann zum Vorbericht zu unserem doch schon mit wegweisenden Spiel, auch wenn es noch frühen Saison ist, am Samstag gegen den FC Schalke 04. Und heute wieder Gast dabei, ihr seht es, der gute Cedric ist am Start vom Schalke-Corner. Kannst du dich gerne mal kurz vorstellen. Ja, Glück auf, so sagt man das bei uns auf Schalke. Ich bin Schalke-YouTuber, Content-Creator und ähnlich wie bei dir geht es bei mir dann hauptsächlich um Schalke und freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein. Genau, wir legen auch heute klar den Fokus auf die Schalker. Die bekommen bei mir immer noch den Vorbericht quasi nur VfB-mäßig und nicht nur Vorbericht, sondern natürlich andere Themen noch. Das kommt auch noch vor dem Spiel. Und fangen wir mal an mit dem Saisonstart bei euch. Ich glaube, wir stehen auf gleich vier Punkten. Ich glaube, wir stehen beide auf zwei Punkten. Ne, wir müssen auf drei stehen, wir sind gar nicht sicher. Aber ähnlicher Saisonstart, was die Punkteausbeute angeht. Wie ist so das Bild bei euch in Schalke? Ja genau, also wir haben zwei. Da gab es so ein Spiel in Köln, wo der Schiri da ein paar Punkte geklaut hat. Aber das kennt ihr ja, ne? Ja. Habe ich so gehört. Ne, ja, was kann man sagen? Ich fand eigentlich so die ersten drei Spiele waren sehr vielversprechend. Man kann auf jeden Fall, also es ist ja immer eh so eine Standortbestimmung, wenn du so als Aufsteiger in die Saison startest. Da muss man sagen, man konnte mithalten. Das ist immer so die erste Befürchtung. So kannst du überhaupt in der Bundesliga, hältst du da mit? Wir können mithalten. Die ersten Halbzeiten bei Köln bis zur Roten Karte, das war bis zur 30. Minute, aber generell die ersten Halbzeiten, fand ich sogar, waren wir immer das bessere Team. Und dann können wir dieses Spiel leider nicht über 90 Minuten spielen, weil wir auch mehr laufen als der Gegner. Und irgendwann ist da der Saft leider raus. Und jetzt gegen Union Berlin ist man halt so komplett auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Richtig schlechtes Spiel gewesen, in vielen Belangen, auch taktischer Natur meiner Meinung nach. Und ja, jetzt stehen wir da gegen euch und danach gegen Bochum, gegen die Mannschaften, gegen die es wirklich zählt. Und dann ist man am Ende schlauer. Also Saisonstart, würde ich sagen, sehr durchwachsen. Ja, ich muss korrigieren, wir haben drei Punkte. VfB-YouTuber am Start mit dem Fachwissen. Drei Punkte, der Punkt in Köln hatte ich ganz vergessen, weil ich mir da gerne die drei erhofft hatte. Eigentlich am Sonntag war ja auch vor Ort, das lief ein bisschen unglücklich für uns. Du hast es angesprochen, 1 zu 6 gegen Union Berlin. Nicht unbedingt eine Mannschaft, von der man viele Tore erwartet. Waren auch viele ziemlich freakige Tore dabei. Ja, ist dann die Lage jetzt gerade schon so drastisch, dass man sagt, ach du Scheiße, wie sollen wir uns in der Liga halten? Gibt es da schon auch die ersten Gerüchte rund um Kramer vielleicht? Da ja von Beginn an schon von vielen so ein bisschen belächelt wurde, dass ihr den als Trainer geholt habt. Ja, und ich persönlich war auch erstmal so, wo ich gesagt habe, Kramer, passt das? Man muss sagen, der hat die Schalker dann mit der Zeit mitgeholt, abgeholt, weil er von seiner Art und Weise sehr gut reinpasst nach Schalke. Das war aber auch bei Gramotzes so der Fall, wo es dann am Ende auch nicht geklappt hat, aufgrund der, ja, aufgrund der, vielleicht der Qualität oder der passt halt dann da nicht rein, aufgrund der fußballerischen Leistung der Mannschaft. Ja, die Kritik wächst jetzt auf jeden Fall, gerade nach dem Spiel davor war es okay. Da hat man, da waren, viele haben so dieses schöne Fußball vermisst, aber man war mit der Mannschaftsleistung, mit dem Kämpferischen etc. war man voll zufrieden. Und ja, jetzt kommt sogar von der Bild-Zeitung natürlich so, Trainer erreicht einige Spieler nicht. Das muss man immer mit Vorsicht genießen, weil auch Schalke, die Medien, die hauen dann direkt drauf, die wollen Schlagzeilen liefern, ist halt einfach so. Aber genau, aber ich finde, jetzt kommen zwei Spiele, die du, wo du punkten musst, wo du eigentlich auch gewinnen sollst, um die Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Und dann kommt das Derby. Und wenn nach den drei Spielen da drei Niederlagen folgen, dann ist für jeden Trainer auf Schalke es schwer und auch für den Kramer. Wird mich wundern, wenn er das überlebt, aber ich hoffe, dass der jetzt einfach drei Siege holt. Dann ist der fest im Sattel natürlich. Ja, komplett. Vor allem eine dritte wäre er gegen Dortmund. Dann ist er eh erstmal unsterblich auf Schalke wahrscheinlich. Ja, ist schwierig, so ein Start. Vor allem Trainer, neuer Trainer, würde man meinen, haben ja meistens noch ein bisschen Kredit. Also es fliegt eher noch einer, der schon über zwei, drei Saisons da war, als jemand, der jetzt frisch neu im Start ist. Jetzt haben wir auch natürlich die Thematik bei Tedesco in Leipzig oder jetzt auch Kovac in Wolfsburg, wo vielleicht auch schon ein bisschen der Stuhl wackelt, in Bildsprache gesagt quasi. Wie viel ist für eure Aufstiegseuphorie denn noch da, so vor allem im Ferienlager? Weil die war ja schon auch groß. Das war umgedreht am Ende Erster geworden. Das war ja schon ziemlich geil anzusehen. Ja, total. Also Euphorie war richtig da und das ging so über Wochen. Also ich kann mich erinnern, ich war beim Spiel gegen St. Pauli, wo wir aufgestiegen sind, live vor Ort. Ich war auch auf dem Platz, da ist wirklich alle Dämme gerissen und da war eine Riesenparty. Das ging aber dann die ganzen Wochen so weiter. In Nürnberg war ich jetzt nicht live vor Ort, gab es aber auch einen Platzsturm, hat die Mannschaft auch mit den Fans gefeiert. Dann gab es eine Meisterschaftsfeier, das war auch voll. Ich glaube, 30.000, 40.000 waren da. Auch am Schalke-Tag, noch mal ein paar Wochen später, genauso viele beim ersten öffentlichen Training, auch Tausende von Fans da. Also da ist was entstanden. Nur man muss sagen, das Spiel gegen Köln mit dieser Schiedsrichterleistung, wo du da auf gut Deutsch, also als Schalke-Fan aus Schalkersicht verarscht worden bist, das hat so ein bisschen diese ganze Stimmung gedrückt. Dann ist das etwas entflammt wieder gegen Gladbach, wo wir das Spiel in der Schlussphase gedreht haben, zu Hause. Nicht gedreht haben, unentschieden gespielt haben, letzte Minute im Bülter-Tor. Und dann jetzt zuletzt gegen Union Berlin, jetzt ist sie wahrscheinlich wieder weg. Also wenn du so die Fans hörst, da ist gerade sehr, sehr viel Trübsal bei den Fans, bei mir auch. Ja, dieses 1-1 gegen Gladbach ist ja jetzt auf weite Sicht gesehen dann auch schon ziemlich stark gewesen durchaus. Also Gladbach, kein schlechter Sessortstart. 1-6 gegen Union musste halt nicht fangen, war bestimmt auch 1-2, obwohl, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn ich mir die Tore angucke von Union, waren noch 1-2 dabei. Die fallen nicht immer, so von der Glücklichkeit her, aber natürlich trotzdem, vor allem eine desolate zweite Halbzeit habe ich vor allem gelesen, auch auf Twitter und so weiter. Gab es einige, die schon den Teufel an die Wand gemalt haben, was natürlich auch viel an der sportlichen Perspektive hängt wahrscheinlich. Ich habe jetzt auch eigentlich nur die Negativschlagzeiten zwischen Schalke gelesen, wenig Ballbesitz, gefühlt und lange Bälle auf Terodde und irgendwie gucken, dass er den festgemacht bekommt. Aber was erwartet uns Stuttgarter denn? Was ist Kramerball quasi? Kramerball, also ich finde Union Berlin ist so eine Blaupause, wenn man sich die Liga guckt, relativ wenig Ballbesitz, dann eine Mannschaft, die sehr laufstark ist, die zweikampfbetont spielt, die aber versucht, sofort ins letzte Drittel zu kommen, entweder mit hohen Bällen oder halt übers Gegenpressing, dann eine Balleroberung und dann ist der Weg zum Tor kurz und dann da gefährlich werden. Das sind so die Ansätze, die man wählt. Ich finde, das ist jetzt nicht so das plumpe Spiel, also permanenten Ball nach vorne und dann der liebe Gott hilft, das ist es nicht. Das ist auch nicht wie beim Gramozis, einfach der Ball links auf Ovean, dann eine Flanke und dann auf Terodde hoffen in der zweiten Liga, das ist es auch nicht. Also wir versuchen schon gepflegten Aufbauspiel mit Dreiecken, mit Doppelpässen etc. zu führen, kommen nicht immer da durch, muss man ganz klar sagen. Da ist die Mannschaft nicht so gefestigt, auch von der Eingespieltheit her, wir haben einen relativ großen Umbruch gehabt. Aber du kannst dir das so vorstellen, erste Halbzeit Powerplay, permanent Dispressen, vorne drauf gehen, vorne attackieren, dann versuchen sofort die Stürmer in Szene zu setzen oder so ein Salazar, der da selbst mal dribbelt und einen Distanzschuss macht und auch relativ viel über Flanken. Das ist so das Schalke-Spiel, Blaupause Union Berlin, aber alles nicht so sicher, noch nicht so eingespielt, das ist alles noch sehr, sehr wackelig, würde ich mal sagen. Ja klar, so ist das Thema immer nach Aufstieg und Abstieg, das hatten wir ja auch schon, wir hatten ja auch, als wir abgestiegen sind, 18, 19, glaube ich, 20 Neuzugänge, 20 Abgänge und dann nochmal beim Aufstiegen vielleicht auch noch ein paar mit mehr Qualität geholt für die erste Liga, da fehlt die Eingespieltheit natürlich. Wer ja bei euch ziemlich, wie will ich sagen, gehypt wurde, aber schon gelobt wurde, ist ja, ich sag mal jetzt mal, Don Schröder für das Transfer-Ferns. Ich habe auch manchmal drauf geschaut, gerade von den Abstands, nachlöst es so umher, das ist echt nicht viel. Wie blickt man jetzt drauf? Gibt ja auch da schon ein bisschen Kritik an Spielen, die jetzt noch nicht 100% durchgestaltet sind, aber mein Gott, es waren vier Spiele bisher. Ja, das ist halt die Sache. Also ich tue mich da schwer, jetzt ein Urteil zu fällen, wenn du jetzt die aktuellen Spiele siehst und dann nur auf die Neuzugänge guckst und dann auch die Spieler, die gegangen sind. Einer davon ist Chulinov, der hat bei euch auch eine gute Vorbereitung gespielt. Solche Spieler fehlen halt. Itakura ist der beste Spieler in Gladbach. Malik Csau ist jetzt gewechselt, der war auch ein super Innenverteidiger gegen Wolfsburg, auch wegen ihm zu Null gespielt. Ein Freisel ist meiner Meinung nach aktuell besser als ein Schwolo im Tor. Also wir haben nach dem Ausstieg eine Menge Qualität auch verloren. Die Spieler, die dann dazugekommen sind, können meistens im Moment noch nicht viel dazu beitragen, dass wir gerade gute Leistungen bringen. Also die Spieler, die gerade im Fokus stehen, ist ein Salazar, der schon da war, ist ein Bülter, der schon da war, ein Ovejan. Und ja, Csau hat auch gute Leistungen gespielt bis zu seinem Wechsel jetzt gestern. Und da muss man ganz klar sagen, die Spieler, die geholt worden sind, vielleicht ein Kraus gefällt mir ganz gut und ein Brunner macht zumindest die Seite hinten zu. Die anderen haben alle irgendwo so ein, wo du sagst, wo du dir was vorstellen kannst, wo du was siehst in den Spielern, aber die es noch nicht über 90 Minuten abrufen können. Ganz klar, da sind viele individuelle Fehler mit drin, viel auch so, wo man merkt, das liegt auch einfach an der Eingespieltheit, dass die relativ neu dazugestoßen sind. Aber auch sehr, sehr viele Spieler dabei, wie ein Larson, der auch von vielen gehypt worden ist, der aber jetzt erstmal nochmal ein bisschen braucht. Der ist vom Fitnesslevel noch nicht da, dass der weiterhelfen kann. Der hat eine lange Zeit nicht gespielt. Ein Kral hat auch eine lange Zeit in England nicht gespielt. Und da merkt man schon, dass bei dem einen oder anderen die Matchpraxis auch fehlt. Und vielleicht kommt das noch über die Saison hinaus. Und was man nicht vergessen darf, wir haben jetzt gegen vier Mannschaften gespielt, die eher oben, die ich zum Beispiel auf einem einstelligen Tabellenplatz sehe, zumindest mal drei von den vier. Und ja, da ist das dann natürlich nochmal doppelt so schwierig, dann gute Leistungen zu zeigen als gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Ja, 100 Prozent. Und wie gesagt, du hast schon angesprochen, bei den geringen Ablösesummen, wenn es überhaupt welche waren, Schalke konnte nicht viel ausgeben. Das ist ja deswegen auch in Schoenhoff nicht gekommen, mit Akura nicht gekommen. Ich meine, gut, Schoenhoff hätte ich aus eurer Sicht auch nicht gemacht. Für das, was wir ihn verkauft haben, wenn er bis an die fünf Millionen kommt aus England, da hältst du halt nicht mit. Und auch richtigerweise ist er, glaube ich, nicht wert, die fünf Millionen. Aber die nehmen wir natürlich gerne mit. Aber so bei den geringen Ablösesummen kannst du grundsätzlich eh wenig falsch machen. Da wird nie einer großen Flop werden, weil du einfach kein großes Risiko dabei hast. Wer schon lange im Kader ist, bei euch eine Legende geworden. Gut, in Hamburg hat das nicht geschafft. Beim VfB wurde eine Legende, bei Köln Legende und davor Union und so weiter. Das ist natürlich Simon Terodde. Da hatte ich schon damals gesagt, dass der, oder beim Vergleich zum Klos damals vor allem mit Bielefeld, habe ich gesagt, das wird so ein Terodde-Syndrom. Der macht in der ersten Liga nicht viele Hütten, nicht mehr als 4-5. Er hat, glaube ich, 4-5 gemacht auch dann Klos. Und bei der Rottingen aus Kälbebild, der hat bei uns nicht getroffen in der ersten Liga. Bei Köln ein bisschen und bei euch scheint es auch nicht so ganz anzulaufen. Natürlich ein lästiges Thema für die ganzen Schalke-Fans, aber da ist schon ein bisschen Wahrheit dran, dass der wohl vor allem zweite Liga kann und der ersten nicht so ganz ins Laufen kommt. Ja, also der war halt der wichtigste Spieler oder zumindest vorne drin. Der hat 30 Tore gemacht. Der hat uns zum Aufstieg geschossen. Das ist einfach so. Ohne Terodde wären wir nicht aufgestiegen, ganz klar. Der hat auch viele 1-0s gemacht oder Tore, die man eigentlich gar nicht macht. Hat der irgendwie ein Tor gemacht. Und dann am Ende haben wir dann die Punkte bekommen. Und das ist halt, das will man auch vielleicht nicht so wahrhaben. Wenn man die Leistung sieht in der zweiten Liga, dann denkt man auch einfach, der muss funktionieren. Der wurde ja auch von uns wieder in die Nationalmannschaft geschrieben. Das ist auch für mich ein Riesenrätsel, warum man dann in der Bundesliga, wenn man 30 Tore macht, warum man dann nicht 15 macht oder 10 oder so. Also qualitätstechnisch ist die zweite Liga auch schwer. Also wenn du da runtergehst, dann sind da auch Mannschaften, die Fußball spielen können. Und ich weiß es nicht. Jetzt hat der gegen Wolfsburg einen Elfmeter rausgeholt und hat den dann zweimal, wurde ja wiederholt der Elfmeter, zweimal verschossen. Ich weiß nicht, ob es ein psychologisches Ding ist auch einfach. So einfach es auch manchmal sein kann. Oder woran das jetzt wirklich liegt. Das ist ein schwieriges Thema. Was man ihm zugutehalten muss aktuell ist, dass der in der Vorbereitung etwas verletzt war, dann auch im ersten Spiel angeschlagen ist. Und ja, jetzt hat der zweimal 60 Minuten. Der tauscht sich dann immer mit dem Polter aus. Ich würde ihn jetzt gerne nochmal vielleicht jetzt gegen euch und maximal dann noch gegen Bochum sehen. Wenn das dann auch nicht funktioniert, dann muss man da vielleicht dann einen anderen Plan B sich aussuchen und dann gegebenenfalls zur Winterpause vielleicht ihn dann in die Zweitliga wieder zurückschicken. Der hat ja auch Bock, dann weiter Fußball zu spielen und Tore zu machen, weil er es da halt kann. Ja, Bochum ja auch einen Ex-Klub von ihm. Ist das dann so das Hauptproblem? Hab ich mir den Kader angeschaut, habe auch eine Saisonprognose gemacht, habe euch tatsächlich, glaube ich, böserweise auf 17 getippt, einfach weil es mir der Kader und der Trainer nicht so ganz hergegeben haben. Ist dann der Sturm, das Tore schießen, so das größte Problem bei euch? Oder jetzt nach Ciao tatsächlich auch mit die Defensive? Mittelfeld finde ich vollkommen in Ordnung. Sala, Sao und Co., Kral, das sieht wirklich sehr, sehr bundesiegatauglich aus. Ja, also wir haben wirklich viele Baustellen aktuell, muss man ganz klar so sagen. Die können sich in der Saison noch verändern, weil die Spieler dann zur Normalform oder zu einer guten Form kommen, aber wir haben sehr viele formschwache Spieler. Größte Baustelle fängt schon im Tor an mit dem Schwolo, der wirklich in drei Spielen gepatzt hat. Ein Spiel hat er uns zu Null gegen Wolfsburg gehalten, dann hat er super gespielt, aber drei Spiele halt Fehler und nicht nur ein Fehler sich erlaubt. Das geht einfach nicht. Das kostet so ein Torwart, wenn der da permanent die Bälle reinlässt, kostet der dir Punkte über die lange Sicht. Da haben wir schon die erste Baustelle. Natürlich, jetzt beim Ciao-Abgang, Itakura ist auch gegangen. Ciao hat super Werte, Itakura auch super Werte. Itakura ist einer der besten Innenverteidiger von ein paar Spiele her. In der Bundesliga habe ich zuletzt noch nachgeguckt. Und Malik Ciao hat da auch sehr, sehr gute Werte im Zweikampf. Und ja, da verlierst du zwei sehr, sehr starke Spieler. Yoshida ist leider sehr, sehr langsam und die anderen Innenverteidiger haben nicht so wirklich eine Rolle gespielt. Und der Einzige, der Ciao ersetzt hat, wo der gesperrt gewesen ist im ersten Spiel, war Kaminski. Aber Kaminski und Yoshida, das ist wahrscheinlich die langsamste Verteidigung in der Bundesliga. Das finde ich sehr, sehr schwierig, das als Bundesliga tauglich dann zu bezeichnen. Mittelfeld finde ich auch stark. Wobei du hast eben angesprochen, Kral, auf dem Papier ein super Spieler. Ich sage mal so, 70 Minuten ist das ein Spieler für internationale Klasse. der bei einem Europa-League-Team spielen könnte. Aber dieser Mann erlaubt es sich halt im Moment, ich hoffe, dass der im Saisonverlauf da wegkommt, haarsträubende Fehler macht. Bälle spielt, wo du sagst, wie kann er das machen? Teilweise dann auch nicht mehr mithält, gerade wenn es in Richtung zweiter Halbzeit geht. Und das war einer der Fehler bei uns gegen Union Berlin, dass wir den Sechserraum nicht besetzt haben und die da wirklich dann frei zu Nahtschüssen gekommen sind. zweite Bälle da sehr, sehr leicht geholt haben und permanent dann Druck machen konnte. Und vorne drinnen auch. Da hatten wir einen Bülter, der gerade treffsicher ist, aber der, der eigentlich die Tore machen soll, der Rodde und auch der Nebenmann, der Polter, der auch als Zehn-Tore-Stürmer aus Bochum gekommen ist, sind beide torlos und beide noch nicht angekommen bei uns auf Schalke oder in der Bundesliga. Also sehr, sehr viele Baustellen, wirklich. Ja, natürlich auch davon ab, wie viele Bälle sie bekommen, wie sie gefüttert werden da vorne. Das ist natürlich als Aufsteiger immer schwierig. So viele Chancen bekommst du nicht, dann musst du halt eiskalt sein. Ja, wobei wir hatten schon viele Momente, wo dann die Chance hatten und die dann nicht gemacht haben. Im letzten Spiel Polter gegen Forsten getroffen. Polter im Pokalspiel, wo der wirklich neun oder zehn Torschüsse aufs Tor gemacht hat, aus allen möglichen Lagen, ob fünf Meter vorm Tor oder was weiß ich, alle daneben. Der Rodde auch Elfmeter verschossen, hat da auch eine Chance gegen Union gehabt, auf den Renault drauf. Also die haben schon Chancen. Schalke ist von den Chancen natürlich nicht auf Bayern-Level, aber wir erspielen uns schon einigermaßen gut die Chancen raus. Also die Stürmer bei uns, die haben schon ein paar Gelegenheiten. Das ist auf jeden Fall, gerade in der ersten Halbzeit immer. Aber die Gelegenheiten, die die haben, machen die nicht rein. Ein Bülter trifft aktuell auch meistens vom Punkt, aber hat auch schon ein Kopfballtor gemacht. Ja, da sehe ich auch die Stürmer in der Pflicht, auf jeden Fall. Ja, da haben wir da eine Gemeinsamkeit. Wir kennen das Chancen, wo wir aus der letzten Saison, deswegen haben wir uns ja auch so tief reinreiten lassen in die Liga, also in die Liga-Abstiegskampf, in die Tabelle unten reinreiten lassen vor allem. Diese Saison auch wieder, siehe Köln, siehe, dass der zwei-, dreimal frei aufs Tor läuft, so Geschichten. Da haben wir auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Ich habe jetzt gelesen, ist der Name entfallen, aber dass der holländische Innenverteidiger von Liverpool kommt. Was passiert sonst noch so auf Schalke bis zum Deadline-Day? Genau, also der ist, glaube ich, schon sicher da. Ich glaube, der heißt von den Berg oder sowas. Sagt mir ehrlicherweise nicht so viel. Ich habe nur gelesen, der hat jetzt in der Championship, zweite englische Liga, zwei Jahre lang Stamm gespielt, 50 Spiele oder so gemacht. Also der hat zumindest mal Erfahrung im Profi-Niveau, trotz seines jungen Alters ist der jetzt keiner, der aus der Jugend direkt hochgekommen ist. Ich habe gehört, der soll schnell sein. Viele haben geschrieben, der ist besser als ein Schau. Glaube ich nicht. Schau ist U21-Nationalspieler, Stammspieler, wechsel jetzt für 10 Millionen. Viele haben auch beim Larsson geschrieben, der wird in der Bundesliga alles kurz und klein spielen und so weiter und so fort. Da bin ich erst mal skeptisch. Ich will mir den erst mal angucken. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall jetzt einen schnellen Innenverteidiger geholt haben, weil wir da de facto auch einen schnellen brauchen, neben dem Yoshida, der zumindest mal Kapitän von der japanischen Nationalmannschaft ist. Das wird man auch nicht einfach so. Hat auch viel Erfahrung, Premier League und so weiter gespielt, Serie A. Vielleicht, wenn sich da das findet, vielleicht kann er mit seiner Erfahrung vieles wettmachen. Im letzten Spiel war wirklich ein Spiel, wo der sehr, sehr schwach gewesen ist. Davor war der eigentlich in Ordnung. Da hoffe ich, dass das gut zusammenfindet. Und ansonsten, wie gesagt, guck mal, du kannst jetzt keinen neuen Torhüter eigentlich holen, weil du hast den Schwolo als Nummer 1 geholt. Aber normalerweise, wenn du jetzt die drei Spiele gesehen hast, wie der gespielt hat, du brauchst eigentlich einen neuen Torwart. Das ist einfach so. Außer der kriegt noch eine Kurve. Und das wünsche ich mir vom ganzen Herzen, dass der normale Leistungen zeigt. Ich habe am Anfang gedacht, okay, der unterläuft die Bälle permanent. Der hat Probleme im Stellungsspiel, im Strafraum. Seit den letzten Spielen klebt er nur noch an der Linie. Was gegen Wolfsburg funktioniert hat. Aber jetzt hat er leider gegen Union dann auch einen Fehler gehabt, wo der einfach einen Ball ins eigene Tor gefaustet hat. Dann kommen auf einmal Subfehler auch noch dazu. Weil der hat zwischendurch schon immer mal wieder gute Paraden gezeigt. Das ist natürlich dann sehr, sehr bitter. Wir brauchen eigentlich Speed, Geschwindigkeit. So ein Chulinov fehlt eigentlich. Uns fehlt auch einfach Qualität. Spieler, die sofort weiterhelfen. Die die Mannschaft besser machen. Wir haben viele Mitläufer, die dazu geholt worden sind. Aktuell. Vielleicht machen die noch was. Und vorne eigentlich auch so einen richtig bulligen Stürmer, der viele Tore einfach dir verspricht. Weil da auch aktuell Ladehemmung ist. Also viele Baustellen. Ich persönlich glaube, dass maximal noch einer kommt jetzt nach dem Innenverteidiger. Ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Ich glaube, auf der Abgangsseite wird vielleicht noch ein, zwei Spieler verliehen. Und der Harit hoffentlich verkauft. Wobei ich mir eigentlich wünsche, dass er bei uns noch spielt. Weil er einfach diese Qualität hat, die ich mir wünsche. Aber der ist halt nicht bezahlbar. Ja, das sind halt meine Erwartungen. Aber ich wünsche, dass da noch viele Verstärkungen kommen. Aber das wird nicht passieren, glaube ich. Ja, das Budget ist ja auch nicht da. Aber was macht man dann mit dem Harit, wenn er keinen Verein findet? Dann kann er ja eigentlich auch nicht versauern. Oder was macht man dann mit ihm? Ja, also man will den verkaufen. Plan B wäre Laie. Und Plan C wäre, ihn zu verleihen mit Gehaltsübernahme. Wo Schalke dann Teile des Gehalts übernimmt. Sodass der aufgenommene Verein dann eine Differenz hat, wo Schalke immer noch Geld spart. Aber das sind halt die Möglichkeiten, die es derzeit gibt. Je länger der Deadline, je kürzer es ist bis zur Deadline, dann geht man ja dann irgendwann zum Plan C über. Es gab immer mal wieder lose Gerüchte. Problem an der ganzen Sache ist, Harit will wirklich auch keine Einbußen beim Gehalt machen. Man Galatas-Rei oder so war interessiert. Die wollten halt weniger Gehalt zahlen und dann klappt das nicht. Harit hofft wirklich auf ein Angebot noch von Marseille, wo der echt eine gute Serie gespielt hat im letzten Jahr, wo er verliehen war. Aber das Problem da ist, dass der Trainer gewechselt ist und die scheinbar jetzt Alexis Sanchez geholt haben und da ganz andere. Ja, stimmt. Stimmt, Marseille. Er trägt gerade ein bisschen am Rad. Es gab es gerade die Ronaldo-Gerüchte. Also ganz, ganz wild. Aber Harit müsste ja eigentlich, also irgendwie in irgendeiner Form müsste der einen Markt haben. Also so verkehrt ist der ja nicht. Das ist halt die Frage. Eigentlich schon. Also ich würde mir, wie gesagt, wünschen, wenn er hier bei uns spielt, hätte ich absolut nichts dagegen. Der ist ein guter Kicker und macht eigentlich viele Mannschaften besser. Hat auch jetzt in Marseille gute Leistungen gezeigt. Normal ja, aber der verdient halt eine Menge Geld. Das ist das Problem. Ja. Und jetzt kommt dann unser Spiel am Samstag. Ausverkaufte Hütte, so wie es das gehört. Wobei man hier auch sagen muss, bei uns nicht so schwer, die Saison. Wir haben ja etwa 10.000 Karten weniger zu verkaufen, weil unsere gesamte Haupttribüne ja eine Baustelle ist oder die Hälfte davon quasi. Da ist es dann nicht so schwer, 60.000 auszuverkaufen, sondern eben lass es 48,5, 49 sein. Trotzdem ein schöner Slogan ausverkauft. Ich denke mal, dass von Schalke aus alles ausverkauft sein wird. Da können jetzt auch nur noch so grob 4.500, 5.000 Auswärtsfans mitkommen. Und für beide ein wegweisendes Spiel. Wir hatten uns noch ein Spiel in Köln, wo man durch die rote Karte sagen muss und wirklich grob 40 Minuten in Unterzahl sagen muss, in Köln 0-0, okay, Punkt nimmt man mit. So von der Richtung her. Andererseits hattest du halt 8 zu 3 Chancen. Da waren es vielleicht doch eher zwei Punkte, die du hast liegen lassen. In Bremen letzte Sekunde in den Ausgleich gefangen, da hättest du auch drei statt nur einen mitnehmen können. Und es war schon von Beginn an der Saison oder schon vor der Saison klar, wenn du diesen Spielplan anguckst, Leipzig zu Hause hat eigentlich keiner mit irgendwas gerechnet. Der Punkt nehmen wir komplett mit. Bremen auswärts hätte ich mir einen Punkt erhofft. Dann hast du Freiburg zu Hause immer schwierig vor den letzten Jahren. Immer knapp haben wir das auch wieder getan. Und in Köln hätte ich mir auch einen Punkt erhofft. Also diese zwei, drei Punkte gehen schon in die Richtung. Aber da war schon klar, scheiße, fünfter Spieltag, da kommt Schalke zu euch als Aufsteiger. Da muss was gehen. Das wird halt, werden auch die Schalker verstehen, das muss halt ein Pflichtsieg für uns sein, wenn du da in der Liga bleiben willst. Dasselbe ja für euch auch, wenn Punkte holen dann halt gegen Stuttgart oder so Teams wie Augsburg und so, weil letztes Jahr auch unten drin waren. Auch wenn man jetzt sieht, du hast vorhin schon angesprochen, die nächsten Spiele kommen. Ihr habt danach Bochum zu Hause, was extrem wichtig wird. Danach geht es gegen Dortmund und dann ist Länderspielpause. Wir fahren nächste Woche, ich auch, wieder auswärts dabei. Nächste Woche fahren wir nach München und dann zu Hause gegen Frankfurt. Also jetzt ist die Chance für Punkte gegen Schalke. Jetzt muss halt was gehen. Auch nochmal einen Tacken zurück. Wahrscheinlich ist die Frage schnell beantwortet, aber bei euch geht es von Erwartungshaltungen drinbleiben, egal wie. Das ist wahrscheinlich eure Erwartungshaltung. Auf jeden Fall. Also mittlerweile, ich habe mir vor der Saison den 15. Platz ausgemalt und mittlerweile bin ich echt froh, vielleicht auch den Relegationsplatz und einfach zwei Mannschaften hinter sich zu lassen und dann darüber. Ja, ist wirklich so. Das ist eine total schwierige Liga dieses Jahr. Wir haben kein Fürth drin, wir haben kein Bielefeld drin. Bochum ist vielleicht jetzt diese Mannschaft, die da qualitätsmäßig nicht mithalten kann. Die haben eine Menge Verluste gehabt jetzt in der Winterpause. Das kann schon sein, aber ansonsten hast du alles Mannschaften, die da sehr, sehr stark einfach sind und eigentlich jeder einen Anspruch hat, in der Liga zu bleiben. Und selbst Bochum hat die Spiele, die die verloren haben, außer Bayern, knapp verloren. Ich glaube, das war immer ein Torunterschied. Die sind auch mitten dabei, die haben auch noch nicht aufgegeben. Ja, und genau, also jetzt, wie du gesagt hast, Stuttgart, Bochum, da musst du normalerweise sechs Punkte holen, wenn du erstmal Ruhe haben willst. Wenn du da einen Sieg holst, eine Niederlage, ist die Niederlage schon, tut dann doppelt so weh. Sagen wir jetzt mal, Bochum gewinnt gegen uns, dann sind die auch wieder komplett dran. Dann haben die ein Sechs-Punkte-Spiel praktisch verloren, weil die sind die Mannschaften Bochum auf jeden Fall, die du hinter dir lassen musst. Stuttgart sehe ich persönlich zum Beispiel schon etwas stärker an als so viele andere Mannschaften. Ich erwarte da eher so einen Hertha, so einen Augsburg, die ich hinter mir lassen würde. Bremen leider auch sehr gut reingestartet, aber da muss ich auch sagen, erstmal abwarten. Da waren viele knappe Sachen mit bei. So viel ist auch dann immer am Anfang dieser Aufstiegseuphorie. Naja, komplett. Genau, da sage ich auch erstmal, erstmal, klar, Bremen ist so reingestartet, wie Schalke gerne wäre. Wenn wir gegen Köln vielleicht einen besseren Schiedsrichter gehabt hätten, sähe das bei Schalke genauso aus. So, dann würde auch auf einmal alle sagen, ja, Schalke hat gar nichts mit dem Abstieg zu tun. So gut gespielt gegen Gladbach, die oben mit dabei sind, so gut gespielt gegen Wolfsburg, die keine Laufkundschaft sind. Und dann hättest du auch vielleicht die Niederlage gegen Union nicht gehabt mit purer Euphoriewelle, was weiß ich. Dann sähe es halt anders aus. Aber das spricht dann nicht über die Qualität der Mannschaft, über eine ganze Saison, sondern ist dann eine Momentaufnahme. Und ja, da sehe ich, wenn es an mir geht, musst du dann zwei Teams einfach irgendwie hinter dir lassen. Ja, da ist es wirklich schwer, sich auch Teams rauszupicken. Letztes Jahr, hast du schon gesagt, war einfach mit Fürth. Jetzt hast du halt so ein bisschen Bochum in die Fürth-Schiene reingeschoben, weil halt zweite Saison nach dem Aufstieg dieses Syndrom, der Kader natürlich auch nicht der Beste. Jetzt haben sie schon sich die Packung gefangen gegen München, aber mein Gott, ich weiß nicht, ob das uns nächste Woche nicht genauso in München passiert. Das ist völlig im Bereich des Möglichen, ohne da überhaupt ein schlechtes Spiel zu machen. Aber wenn die Bayern einen Spaß haben, dann haben sie halt Spaß, egal wo, heim und auswärts. Und dann hast du halt die Klassiker, dann hast du natürlich Hertha letzte Saison, ganz weit unten dabei, waren wir mit unserem Last-Minute-Klassenerhalt, da hatten wir auch einen netten Platzsturm, nochmal eine Parallele zu euch letzte Saison. Und halt Augsburg, die ein Dauerbrenner sind, wo es auch nicht 100% anläuft, die hätten eigentlich noch kein Spiel gewinnen dürfen nach dem Spielverläufe, haben es aber schon getan, das ist eben das Ding, du musst die Punkte einfach holen, egal wie. Und sonst, Köln könnte, ich glaube nicht Abstiegsgefahr, aber die könnten schon unten mit reinrücken, weil unser Spiel am Sonntag war ja jetzt schon so, dass die von dem Donnerstag ziemlich K.O. waren. Das war keine gute Leistung von Köln, da war dann auch eine Weile in Köln, einige Köln-Fans gesprochen, die haben auch gesagt, das war richtig schlecht, wir hätten hier verlieren müssen eigentlich. Und wenn man das sieht, bis zur WM, müssen die das noch voll durchziehen. Wir haben im September, Oktober und November jeweils zwei europäische Spieltage. Wenn die nach jedem europäischen Spiel so aussehen, mit dem dünnen Kader, könnten die auch da unten mit reinrücken. Da haben wir auch viele Verletzungsprobleme gerade, irgendwie zwei Spieler nach dem Spiel verletzt gewesen, aber auch Langzeitverletzte jetzt. Das wird schwierig, Modest ist auch gegangen. Ich habe vorhin auch einen Tweet gelesen, die haben jetzt noch ein oder sogar beide Rechtsverteidiger verkauft, die stehen irgendwie gefühlt aktuell mit zwei fitten Innenverteidigern da und sowas. Also Köln könnte auch schwierig werden, da muss mit der Baumgart irgendwelche Wahnsinns- Motivations- Trainings rausholen oder so. Also das wird schon extrem eng da unten bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich. Bei Köln habe ich halt diesen Baumgart, den ich da sehe, von dem ich eine Menge halte, der da auch viel so, ich meine Köln, im Jahr, wo wir abgestiegen sind, war das die einzige Mannschaft, die gegen Schalke schlechter gespielt hat als Schalke, wo wir sammunglanglos abgestiegen sind und da war echt eine sehr, sehr schwache Mannschaft und was der aus diesem praktisch gleichen Kader plus noch ein paar Abgängen rausgeholt hat, so ein Modest, einfach was der aus so einem Spieler dann nochmal rausgeholt hat, da muss ich sagen, ich halte sehr, sehr viel von diesem Trainer und kann mir schwer vorstellen, dass die mit dem absteigen. Dafür ist der viel zu gut. Ja, nee, ein Abstieg würde ich auch nicht gehen, aber ich habe sie glaube irgendwo auf 11, 12, 13 getippt. Also europäisch nochmal, das ist glaube ich ein bisschen utopisch für Köln, das erwartet da glaube ich auch keiner. Die Frage ist halt da immer, wie lang hält sich so ein rein auf Mentalität basierender Fußball, weil der Kader von Köln ist, sage ich auch, habe ich auch schon vom Köln Spiel gesagt, nicht wirklich besser als viele da unten drin. Das gleiche haben wir ja vorhin bei Bremen schon gehabt, wie lang hält sich so eine Aufstiegseuphorie eben, wie lang kannst du auf dieser Welle mitschwappen, wie lang funktioniert das. Dann würde ich mal zum Abschluss zu unseren Prognosen kommen für den Samstag, was natürlich auch Ergebnistippe und natürlich auch vom Spielverlauf und so, was erwartest du dir für ein Spiel? Ja, ich erwarte mir eine sehr, sehr lebhafte Anfangsphase von beiden Teams. Ich finde, in diesem Spiel sind sehr, sehr viele Unbekannte drin, weil bei euch ist, glaube ich, der Stürmer ausgefallen, der Kalajdzic ist gewechselt, dann ist irgendwie der Trainer gesperrt. Genau. Da sind sehr, sehr, ja, da sind sehr, sehr viele Faktoren, die da reinspielen. Bei uns diese starke oder die hohe Niederlage gegen Union, vielleicht ist die Mannschaft komplett demoralisiert und ihr überlauft uns in der Anfangsphase so, wo die Köpfe noch unten sind oder aber da gibt es eine Reaktion dann dagegen. Wir knüpfen wieder an den Anfangsspielen an und überpacen wieder die Anfangsphase total. Also ich finde, da sind sehr, sehr viele Unbekannte. Dann euer Sturmproblem mit unserem Innenverteidiger-Problem, wo sich jetzt eine neue Innenverteidigung bilden muss, ist auch sehr, sehr spannend. So, da sind sehr, sehr viele Unbekannte. Ich glaube, das wird eine wilde Anfangsphase, weil beide Teams auch müssen. Ich glaube, da werden zwei Lawinen aufeinander dreschen, weil Ja, komplett. Genau, es geht da drum, auch so ein bisschen auch die Brust rauszutun und dann dem Gegner zu zeigen, dass man das Spiel gewinnen will und dann die drei Punkte mitnehmen will nach Hause oder da lassen möchte zu Hause. Und ja, eine sehr, sehr wilde Anfangsphase, glaube ich. Dann wird sich da ein Team durchsetzen. Ich glaube, wenn ihr in Führung geht, kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass wir da nochmal zurückkommen. Ich glaube, wenn wir in Führung gehen, könnte es sein, dass ihr in der 60. Minute aufwärts dann nochmal über Oberwasser kriegt und dann irgendwie den Ausgleich macht. Also ich tippe mal aus Schalker Sicht optimistisch auf ein 1 zu 1, weil dann würde mein Matchplan so aufgehen. Kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass wir dann komplett untergehen, wenn ihr da in Führung geht. Damit fällt vielleicht auch das Spiel. Ja, die Anfangsphase wird heiß, weil bei uns war das Problem, du hast gegen Leipzig nach acht Minuten das 1 zu 0 kassiert, in Bremen nach vier, gegen Freiburg nach zehn oder elf waren es, glaube ich. Und Leipzig und Bremen gebe ich das Argument, dass wir nicht am Start waren. Gegen Freiburg waren wir komplett am Start von Beginn an. Das war die erste Aktion von Freiburg. Einmal hinten schlecht gestanden, das 1 zu 0 ist gefallen. In Köln war die Anfangsphase richtig stark, vor allem die erste Halbzeit, da musst du eigentlich mit mindestens einem Tour in die Halbzeitpause reinlaufen. Deswegen, ich glaube, wir werden da schon beide, wenn du mir so ein bisschen auch erzählst, dass eure ersten Halbzeiten besser waren, wird wahrscheinlich die Anfangsphase ziemlich, ziemlich heiß werden und da eben beide Vereine gucken, dass man hier erstmal die Überhand gewinnt, am besten in Führung geht. Und da hängt es halt bei uns, so wie auch bei euch, an der Chancenverwertung. So Sturmproblem ist vielleicht gar nicht so hoch, weil ich brauche jetzt eh noch keinen Startelf-Tipp aufzumachen für Samstag. Wir haben den Deadline-Day noch, Kalajic ist noch nicht offiziell, aber wird wechseln. Sosa könnte noch wechseln und dann soll ja für Kalajic noch Ersatz kommen und so weiter und so fort. Pfeiffer ist jetzt für drei Spiele raus. Dafür kommt Tomasz zurück, der letzte Woche noch Mandelentzündung hatte. Damit hättest du den Doppelsturm von Silas und Tomasz. Also an und für sich passt das erstmal. Mache ich mir keine Sorgen um den Sturm, eher eben um die Bank, weil dann ist da halt nicht mehr so viel da. Und dann ist es halt trotzdem, ich bleibe dabei, du musst halt gewinnen. Das ist ganz simpel. Du fährst die Woche drauf nach München, da hast du Frankfurt. Verlieren darfst du auf jeden Fall nicht gegen Schalke zu Hause. Und wenn du die anderen Teams anguckst, dann ist halt Schalke gerade anfällig. Du spielst gegen einen Schalke, das gerade 1 zu 6 verloren hat, wo die Abwehr noch nicht ganz zustande gekommen ist, noch nicht ganz zusammenspielt, wo der Keeper vielleicht ein bisschen Probleme macht, wie du schon gesagt hast. Also wenn nicht Schalke, gegen wen dann? Also wenn wir gegen Schalke zu Hause verlieren, würde ich mir wirklich, wirklich Sorgen machen. Unentschieden kann immer passieren. Einfach Chancenverwertung, hat man oft genug Zeitgespiele, wo du halt doppelt so viele Chancen hast, doppelt so viele Torschüsse, aber einfach zu blöd bist dafür. Aber ich muss hier ganz optimistisch auf den Heimsieg gehen und ich mache diesen klassischen 3 zu 1 Tipp, würde ich mal sagen. Ey, also ich gebe dir da voll recht. Also wenn ich mir jetzt ein Team aussuchen könnte, gegen das ich spielen würde, ich würde mir auch scheißen. Ist leider so. Ist einfach so. Gerade jetzt auch nach der Niederlage. Wobei wir aber halt trotzdem, das ist zum Glück eher in der Vergangenheit, das war auch der Klassiker gegen Köln, von den letzten 2, 3 Saisons aus, wo man noch im Abstiegskampf richtig gespielt hat und so weiter, wäre dieser Schuss, den Müller dann noch Weltklasse rausgehext hat, wäre der reingegangen. Da hätte das Spiel völlig unverdient 1-0 verloren. Das passiert gerade nicht und früher waren wir eben auch gerne ein Team, das dann die Punkte quasi verschenkt hat oder eben Aufbaugegner gespielt hat. Was ja gerade bei euch zum Beispiel der Fall wäre mit Reaktionszeigen für euch. Wir haben auch gegen Kramer schon ein, zwei Spiele unangenehm verloren, als er noch bei Bielefeld war. Also vielleicht hat der irgendwie einen Spielplan gegen uns. Ich hoffe es natürlich nicht. Du hast ein Heimspiel, das ist auch natürlich der Riesenvorteil. Wäre es auf Schalke, würde ich wahrscheinlich auch sagen, Punkt von mir aus, aber gewinnen wäre auch schön. Aber zu Hause ist das halt nochmal doppelt nicht. Ganz kurz, vermerkt man denn was von dieser Tribüne, die da bearbeitet wird an der Stimmung? Nee, nee, nicht wirklich. Weil das ist so, ohne jetzt irgendwie in der Sitz angehen zu wollen, das ist eh so der Bereich, wo am wenigsten rauskommt. Haupttribüne ist der teuerste Bereich, das ist so, das ist ja gerade der Bereich, der bearbeitet wird. So VIP-Bereich und der Medienbereich da drumherum. Also das ist jetzt nicht die Stimmungsherkunft vom Stadion. Also das macht tatsächlich nicht so einen großen Unterschied. Du hast ja unteren Bereich, Haupttribüne, in der Oberrang, da sitzen noch welche. Also da kommt ein bisschen Stimmung her. Du hast halt unten diesen Krater, diese Baustelle, den sie auch warum auch immer nicht abdecken. Das ist halt wirklich einfach eine Baustelle, die du sehen kannst im Stadion, offenen TV-Bildern. Weiß nicht, ob sie da mal eine Plane drüberhängen wollen oder so, weil es ist echt nicht so ganz schön. Aber die Stimmung ist weiter und da, Kurve ist da und so weiter. Also daran scheitert es nicht. Okay. Ja, ich freue mich aufs Spiel. Schauen wir mal, ne? Genau. Bin mal sehr gespannt. Hab's schon bei Nico auch gesagt, bei Bremen, bei Schal genau das Gleiche. Freue mich riesig, dass ihr zurück seid in der ersten Liga. Stimmt das bei mir gerade ein. Die Bremen-Doku fand ich sehr geil. Bei euch ist doch auch was auf dem Weg. Weiß man doch schon, wo das kommt, ob das kommt, wann? Genau, also Doku, ich glaube, das fängt an mit dem Abstieg, also wo man komplett am Boden ist und dann mit dem Ausstieg. Also sehr, sehr geil. Weil Bremen ist zwar auch abgestiegen, aber ich glaube, das ist nochmal was komplett anderes als bei uns gewesen, weil wir sind wirklich fast Tasmania-Berlin-Rekordfutter eingestellt. Das war schon richtig krass. Und die wird, glaube ich, auf RTL Nitro kommen und da gibt es auch schon einen Zeitpunkt. Ich meine jetzt diesen Monat oder im September. Ja, muss im September sein. Ich meine Mitte September und das wird auch in der Arena die Erstveröffentlichung. Das ist geil. Ja. Das ist sehr, sehr geil. Das stimmt, die Abstiege waren schon unterschiedlich. Der Sessort wäre auch das 5 zu 1 gegen euch. Das war sehr, sehr, sehr gegen euch. Da lief es auch bei uns halt einfach komplett. Das war halt diese, das direkte Wiederaufstieg und diese 2021-Sauber, wo wir, glaube ich, am Ende 9. wurden, noch fast in die Conference gekommen wären. Bei Bremen war es ja, glaube ich, also bei euch hat man klar gewusst, jo, wir steigen ab. Das war irgendwann fest klar und die Stimmung war schon ein paar Spiellage vor Schluss völlig am Boden. Bei Bremen kam es ja wirklich, ich glaube, die konnten es gar nicht, die haben es gar nicht richtig mitbekommen, dass sie abgestiegen sind. Die sind ja wirklich die, ich weiß nicht, mit Nikos saß ich da in der Rückrunde bei unserem Talk, wegweisendes Spiel, wird es Richtung Europa oder wird es doch Richtung Mittelfeld und Tabellenende und dann verlieren die da am Stück ihre ganzen Spiele und sind am Ende dann doch weg, holen auch ein Thomas Schaaf war es, glaube ich, am Ende noch. Ich glaube, das war so ein bisschen, ja, ein schleichender Prozess und haben es gar nicht so richtig mitbekommen, so, warum sind wir jetzt eigentlich abgestiegen? Warte mal, Hups. Bei euch war es halt so knallhart schon die ganze Saison. Ja, das war ein Schlag in die Fresse. Auf gut Deutsch, war einfach so, ja. Ja, aber dann freue ich mich sehr auf die Doku. Ich hoffe, man muss dann für nichts zahlen, aber selbst wenn, ich glaube, die ziehe ich mir rein, habe ich Bock drauf. Wie lange hast du ja am Start warst? Sehr gerne, hat mir mega Bock gemacht, immer wieder gerne und Stuttgart ist auch ein Verein. Du hast eben gesagt, Schalke gefreut, Bremen gefreut, muss in der Bundesliga bleiben. Wenn es an mir gehen würde, würden so Mannschaften wie Hoffenheim oder RB oder sowas runtergehen, aber die sind halt alle, wir haben halt alle noch ein bisschen was dahinter. Ja, das ist wie beim Spiel in Köln, habe ich es auch schon angesprochen, Stuttgart, Schalke, Köln, Stuttgart, das ist alles Bundesliga pur. Von der Stimmung her, das wird alles richtig geil. Wir haben ein zweites Video aufgenommen bei dir auf dem Kanal, beim Schalke Corner, checkt ihn gerne ab, lasst natürlich auch hier gerne das kostenlose Abo da, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.